Servus, wir probieren es nochmal mit den Ranked Games. Hey, perfekt getimt und es steht leider immer noch unbekannt dran, das heißt wir warten wieder. Bei mir steht wieder nur elapsed time dran. Aber, ich würde sagen wir warten einfach zwei Minuten oder so, wenn es bis dahin nichts ist. Ignoriert das Geklimper? Ja, er macht sich ein Smoothie auf. Genau, der Herr hat es verstanden. Ich wusste, was ich vergessen habe. Hat man es gehört? Jep, ist drauf. Ich mag mein Mikrofon. Somit bist du gebrandet als hoffnungsloser Alkoholiker. Ey, die letzten paar Sessions hatte ich nie was da und jetzt bin ich Alkoholiker, aber ich einfach was da habe. Ja, das ist Verherdeckhof von Alkohol. So schnell kann es gehen. Ja. Das ist alles nur, weil Pyro mich immer so mobbt. Weißt du Bescheid? Er hat sich noch ziemlich zurückgehalten, die Runde. Gut mir auch leid, aber das ist mit Absicht, dass ich dich mobbe. Okay, ich weiß nicht, ob wir das schon mal in der Folge erwähnt hatten, aber bei uns gilt ja im TeamSpeak die goldene Regel. Oh, jetzt kommt wahrscheinlich gleich wieder das ganze Ge-Hate damit. Alter Höhe, warum verwendet ihr keinen Discord? Äh. Sehen wir aus der Q raus? Rejourn Match? Nein. Nein, wir sind unten im Spiel drin. Wie? Verdammt, ich bin noch am Einschenken. Bei uns gibt es die goldene Regel, Alkoholiker ist an allem schuld. Temple of Anubis und noch mehr. Ja, was halt in 99,9% der Fällen einfach zutrifft. Ich geb dir gleich 99,1% der Fälle. Selbst schuld, wenn du nicht da bist. Was ist los, also? So, Alkash, du bist schuld. Äh, Moment mal, der ist doch gar nicht hier. Egal, er ist trotzdem schuld. Hallo, mein Name ist Alkash. Hahaha, du Opfer. Ich kann auch einen Supporter wechseln, wenn ihr wollt. Achso, nö, dann übernehme ich diesmal die Supporter-Funktion. Kannst du Mercy? Mercy ist nicht schwer. Der ist nicht einfach in der Bastion, machst du eine Boost-Strahl. Stimmt, es ist wirklich, wenn du mit Mercy alle Kugeln treffen würdest, mit einer Waffe. Oder ein Bastion, äh, Damage-Boost. Das ist der Damage-Boost stärker. Aber Bastion ist der einzige Held, bei dem der Boost stärker ist. Vom DPS. Hä? Ansonsten kommt nur noch ein Reaper während der Ulti oder, äh, ein Hanzer während der Ulti ran. Also, Mercy kann ja von einem Verbündeten den Schaden um 30% erhöhen. Geile Anleitung. Ja, das kenn ich, das ist klar. Ja. Aber ich hab's nicht verstanden mit, hä, wenn Mercy... Sie hat eine eigene Waffe, wo sie schießen kann. Und damit macht sie 130 DPS, glaub ich. Nice. Wo ist unser guter Teddy? Wo ist unser guter Teddy? Guck mal, da, guck mich mal an. Wenn du allerdings Bastion boostest, dann macht er halt mehr als 130 Bonus DPS. Ey, wo ist unser Bastion? Ja, gute Frage, wo ist unser Bastion? Der steht da vorne, Ecke. Der flankt, der knut sich um die Flanke, das ist aber vielleicht gar nicht mal so schlecht. Denken sie vielleicht, wir haben keinen Bastion und dann laufen sie voll rein. Alle tot. Leute, wo brauchst du deinen Turret hin? Sneaky Peaky. Verarschen die jetzt alle, gell? Au. Oben ist ein Genji. Ich hab kein Schild mehr. Mit Charging, der rückt mich einfach, was soll denn der Mist? Tja, den Tower hätten sie jetzt nicht erwartet. Welchen dabei? Ja, meinen da oben drauf. Es nervt euch ein bisschen, dass ich mich selber nicht heilen kann. Und er lebt immer noch. 40 HP, aber er ist noch da. Verdammt, jetzt ist er tot. Moin. Ähm. Muss er denn alle? Ach, ist schon Halbzeit? Ja. Tatsächlich. Nach 45 Minuten ist normalerweise immer Halbzeit. Oh. Oh, bestand ein Solcher. Was kann doch nicht sein? Ach, ich heil mich automatisch selber, wenn ich jemand andern heil? Nein, wenn du keinen Damage für drei Toten genommen hast, hast du die beiden Scheren. Achtung, die Genskirchen aufm Spot. Wenn einer von euch gestorben ist, gebt Bescheid. Bin tot. Ich bin auch tot, scheiße. Er hat mir den letzten Schuss reflektiert. Ich bin auch tot. Ach, das macht jetzt wenig Sinn. Ich glaub, das war's. Okay, das ist grad unangenehm. Aber ich seh jetzt auch wieder, was ich tu, weil letztendlich mein Weizensten nicht mehr vor meiner Nase steht. War auch der erste Punkt. Das ging mir aber zu schnell, ehrlich gesagt. Statterfeuer! Nicht zu mir, ich werd hier gleich einen High-Noon-Cast von hinten, ohne dass sie's merken. Was ist das eigentlich für ne geile Reinhard-Skin? Welcher? Der Gegner schon? Von, vom Gegner ist. Der andere Legendary. Der andere Legendary. Erzhaft. Durch den Unshow durchgegrabt. Ich konnte. Oh, die hast du gelandet. Nein! Von wem auch immer er kam. Wasserstoff? Ja. Ich bin hier oben gelandet. Ich bin hier oben gelandet. Mit der Tastatur zu vergewaltig und Links kommt irgendwas hoch. Rotog links. ja ganz schön ganz lehnen ja schön boah der rotog ist gut, der guckt mich jedes mal wenn ich auf den Zug schaue schweinchen ist weg armor, armor, armor da oben steht ein genji gammel hammer ok ich muss nächste runde kurz schauen dass ich mein auf ihn über rechts nix kommt oh wie gut, die laufen auch noch gerade rechts von ihm weg na komm, die kommen von links von da hinten lucio ult raus ich kann nicht drücken, der hier drückt bin hat lucio reinhaut ist erledigt oh gott, roadfuck hinter uns äh, dank gott oh gott ich dreh einfach mal bisschen mein mikrofon dann hat's die tastatur nicht ganz in der fresse warum musst du auch so draufhacken wie ein beklopter das ist ne d15 die ist leise egal wie la wie äh die ist laut egal wie wenig ich draufhämmer genau man ist immer noch arg nein jetzt ist es okay ich hab einfach das mikro um 15 grad gedreht den gs man ist wirklich gut da sind reinhard und rotog hier im gang drin ulti von soldier ein schild bricht gleich schild gebrochen ich hab, ich hab links, junkrad äh, rechts sind drei ähm vier die scheiße arm fallen wir heute hier junkrad retire oh fuck, der hat mich oh shit au 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 aufm funk bleiben versuchen ich betone aber soldier kommt nicht einfach guck zu ja ich bin da heiler ok jetzt grad hat man es wahrscheinlich wieder gehört oder? oh nice kein heiler wird auch nicht schlecht nach dem gang ja hier in dem gang dem genji und äh hängen hört mal die granaten vom krankwert auf lad meine barriere wieder auf ähm gegner schlischen lucio ulti gegner am tracer da ist ein genji in uns drin mit ulti ja ok er ist weg er ist ein match ich hab noch ulti gezündet hau drauf die kommen wieder alle von rechts glaube ich abonmin tracer kommt rein sollste doch voll ins schild da rein ach verdammt er hat irgendwie noch damage rauskriegt der genji ist wieder da genji ist bei uns in Richtung Spawn ja 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 ich hab noch neun bis ulti acht sieben sechs neun bis da schon ulti hae ha was ist es oben ist jemand ja hier kommt von nix äh, Mei und, äh, Rotor Rotor hat's Turret zerstört, die sind bei uns im Spawn Da kommt Genji Tracer Warte Reinhardt kommt von vorn da rein Nix mehr Dieser verdammte Rotor Die sind Oh fuck Äh, die Wall war nicht sogar Genji hinter uns Ja, die war nicht so schnell Genji hat nicht erledigt Nur schon, Genji auf den Punkt Halt dich noch kurz auf, wenn ich gleich wieder lebe, kommst du Jaaa Oh, jetzt kommen sie mit allen Ah Die hat mein Oh Tracer Ult Mich erledigt Okay, das war's Vorsicht, ne Mei Ulti auf den Punkt Ne Ulti ist weg Ne Ulti ist weg Oh, Heilung ganz schlimm Die kommen wieder alle rechts Und, äh, Tank ist vorbei Tracer geht unten lang Ja, das war's Ja, das war's Genji ist tot Oh fuck, ich wurde gepinnt Doch, noch mal mehr Doch, noch mal mehr Äh, Hilfe Äh, Hilfe Äh, okay Fuck Jaaa Ah, ne, ich brauch was da Warte noch, warte Warte noch, warte Warte noch, warte Warte noch, warte Warte noch, warte, warte Okay, Hammer down Okay, das war's Nein Nein, dieser verdammte Es wird immer schneller mit dem Overtime Das heißt, wir müssen immer Nervt halt, aber sie können auf die Weise schlecht gewinnen Felix Daumen ist unser Evo I'm on Uah Die Walls Die Walls kommen echt teilweise Geverrascht Jaa Direkt vor der Fresse hoch Ich bin gepinnt Tot Der Reinhardt hat gerade mal Göttlich Mox Äh, ja Scheiße Ich bin's auch immer noch gewöhnt Dich Moxer ran zu nennen und nicht Cheikern, ey Ja, du kannst mich auch Moxer ran nennen Ist doch egal So ist er ja auch Pull und bin Der Gute So heißt er ja sogar auf YouTube Okay Hat er einen in die Eier gekriegt beim Fußball Oder warum hat er sich gerade so zusammengezogen So, jetzt gleich nochmal in der Tag Ich würd nochmal D.Va nehmen Weil D.Va generell auf der Map ziemlich gut ist Yep Mach den Tank Ich geh dann mit Mei auf und sagen Ich geh dann mit Mei auf und sagen Long Range Was die Bastion oder Torbjörn rausnehmen Ich hab's nicht aufgepasst Äh, solcher oder sowas Genau das ist mein Ziel Ja Ähm Grahul Komm mal kurz zu mir Jaa Ich stehe hinter dir Warte, guck mich an Mach mal bitte Emote Jaa Mach einfach nur das Emote Mach einfach nur das Emote Jaa Jaa Mach einfach nur das Emote Ich liebe dein neues Album Ist das nicht Winky Face? Hast du das nicht drin? Was? Wink? Was ist das Winky Face? Das ist nicht das Emote Das ist äh die Die Voice Line Achso Winky Face Das ist so geil Das ist so geil So richtig Pubertäres Gamer Girl Aber sie hat ne High End Mech Namens Mecha Nein Sie kommt ja auch Aus dem fernen Osten Mein Freund Aus dem sehr fernen Osten Jaa Wir rennen da alle mit so nem Ding rum Und ich bin ein Schwarzer Der mit Musik heilt Und Buffs gibt Also Seems legit to me Wir sind ja kein bisschen rassistisch Oder so Ok Zins ist Symmetra Vorsicht Hier könnten Turtles versteckt sein Zins ist auch garantiert Wenn die Turtles sind Oh man Soll es denn alle zusammenbleiben Turtles sind alle weg Ne da liegt noch einer Ah gut Ich kann dich hinterher hoch halten Oh die sind hier alle rechts auf dieser Treppe Rechte Kommen wir gehen längst weiter Best schon und den geht links rum Hintenrum auf dem Kommen Wenn jemand hinten rum geht Symmetra Ja ist weg Aber da hinten Ja Moment ich weiß was ich machen werde Äh Deine Tastatur Ist immer noch scheiße Ja Ist eigentlich nur dran vorbei Dann haben die übelstes Problem Ich bin auf dem Punkt Ja Jetzt müssen sie irgendwas machen Ok Geht 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 Und ich werde Ja Das müssen sie sich nicht bewegen Und Torbjörn hat jetzt ein ziemlich großes Problem Ja Torbjörn hat jetzt ein ziemlich großes Problem Ja Torbjörn ist weg Best schon ja auch Hallo Best schon Der Best schon erwischt Aber ja alles Da draußen ist die Gegner Der Teleporter Der Teleporter ist links im Haus Der Teleporter ist links im Haus Oh ne ich komm nicht weg von der Explosion Der Best schon nicht tot Bin ich von der Explosion weggekommen weil ich sie total blöd gesetzt hab Ok sammeln und dann nochmal zusammen Ja wir haben zwei Drittel auf jeden Fall Seid ihr alle da? Moment ich bin noch aufs Braunkart Ich hab Ulti Was habt ihr? Gebt mal schön eure Ich hab Ulti und was habt ihr? 390 Seht das Teleporter noch? Ja nein vielleicht Keine Ahnung Ja ich glaub schon Können wir wieder von oben rein? Oder wollt ihr hier durchs Tor? Wir könnten da oben lang Wir könnten da oben lang Kommt her kommt her Leute hier lang Also Pyro ist sowieso Und äh Flieger Mach ein bisschen Abwechslung Ja Rausch mit die Heilung die hier oben ist Ok Sind die alle da? Ja ich geh rein Moment warten kurz auf Ja gut Ich hab den Teleporter Spashen ist tot Heilerin ist tot Oh verdammt ey die Super überlebt echt viel Das war ein sehr schöner Move Leute Das ist das ganze Team von denen gecleared Und jetzt direkt losrushen Ja Von hinten am besten links durch Volle heilen und genau durch Und ich geb Move Speed Buff Ja Oder Frontal Links 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 Ja Weil Frontal haben's Die haben den Bestchen der Mäht uns um bevor wir dort sind Ja Reinhard erwartet uns ja schon Aber gut Ich charge Ich versuch ne Wower zu setzen Bin aber hinter euch Ach scheiße Bin in da ein Backline Gerade Ich hab mal ne ulti Ich hab mal ne ulti Er ist die tot Er ist schon ult Ich bin tot Na ok Er hat mir eben aufgeräumt Wer sie holt raus Wer hat raus Ah Aber immerhin ein Drittel haben wir schon mal geholt Ja Das waren wir jetzt noch 2x Ja Geschlecht Leidet noch vorne am Punkt Ich charge gleich über den Mittelweg rein Ok bin hinter dir Bin Torbjörn Ok ich komm rein Nice Rocket Barrage Heiler tot Ich hab Dusche erwischt Mercy erledigt Ah Bestchen steht da Wo steht der? Rechts Dahinten Ja ich seh es ich seh es wo Kann mich drum kümmern Fuck das war's Oh sehr schön eingefroren Ich bin tot Bestchen in der Hand Ok die leben jetzt Ich bin auch so jetzt grad wieder alle durch Ok wir müssen uns sammeln und Ok zurück 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 Ja Rücken kommst du raus Jo komm Ja sie kommt raus Ok sie ist Ultra Äh diesmal aber über die andere Seite Über rechts Ja Healing Boost Haut ihr euren Ultis aus? Ok Ultis 80% 44 Ok Von rein da Ich geh auf den Oh fuck Bastion hat irgendwie Bastion steht da unten rechts Ja In dem Eck Ja der Bastion ist jetzt ziemlich blöd Ich kann da rüberfliegen und ich kann ihn von oben holen Der steht auf dem Punkt drin Der steht auf dem Punkt drin Ich hab jetzt Ulti 99% gerade Ja zu 100 Ich kann da ne schöne Ulti rein droppen wenn ihr wollt Müsste Bastion auf jeden Fall dazu bringen dass er sich bewegt Ich such gerade Bastion Frontaleingang ist Er ist da hinten drin Ich hab ihn gesehen wo er ist Soll ich ne Bombe auf den Punkt droppen Leute? Ja tu es Ok Links müsste Taupe ins Tower stehen Mox ich bin hinter dir Er hat nicht viel gebracht aber Er hat nicht viel gebraucht aber Ok das Geschütz von Taupe ist kaputt Taupe ist selber live Pass auf Bastion steht rechts Junkrat Ulti Boah Alter Scheiße Wo ist Bastion? Bastion lebt immer noch heute Ja Wir haben den Affen Niemand hat Bastion wirklich Ja Korak wechsel mal auf den Tank Wir brauchen Ne wir brauchen auch Schrotflinten Leute Wir brauchen irgendwas als Tankschredder Reaper Roadhog Eins von beiden Dann nehm ich mal Reaper Weil sonst kriegen wir den Affen und Reinhard nicht tot Irgendwie fand ich das über links reingehen besser Ja Ja Oh links regnet's Granaten Wartet mal bis alle da sind Ja Ja Ich flank von rechts rein wenn ihr links reingeht Ok Ja jemand muss den Bastion töten der ganz rechts steht wenn er immer noch da steht Ne Das ist Torbjörn Moment den hol ich mir ganz kurz Boah Jungs sagt doch dass ihr weit da vorne seid ich steh hinten und hab grad Pyro hochgeheilt Wir haben doch gesagt wir gehen von links rein Ja ich hab nur Pyro hochgeheilt dass er mitkommt So Hier Der ist gut die wir rein Oh der Affe Der Schild noch kurz wegschießen von ihm das hat 200 Leben Ich hab ne Ulti wieder nice Best tot Reinhard tot Ich hab mit einer Ulti den Turret bekommen Der Affe ist tot Der Affe ist tot Sentry erledigt Der Torbjörn ist weg So irgendwie und auch Wir haben den Beat grad eben gedroppt Da ist jemand hinten im Gang Junkrat Oh ich stell dir den Bastion Ja Bastion Bastion wieder an einem alten Punkt Der muss Der weg oder ihr geht irgendwo hin wo ihr sicher seid vor Bastion Er ist tot Heiß Ich hab nen Affe Der ist auf Fallen Affe hat mich Bin kaputt Äh tot Ja Weg hoch Pyro Ich bin tot Ok Ok Wir machen das leider auch nicht schlecht mit dem Deffen Ach ich wollt eh drücken und nicht shift Move bitches Ok Links wieder? Ja links lass links rein Ja aber wieder weiter links Ich hab grad auch alle Ultis raus haben Die wissen dass wir von links kommen Ja Lasst zurück gehen und unten durch Lasst unten durch gehen Ja ok Roten durch Oh Da ist Irgendwer Ja die wissen es aber gut Als Bastion ich fliege ich Ich hab Bastion an die Wand Bastion tot Bastion tot Äh hier die Dingens auch tot Affe macht wieder Affe Ulti Nein ich werd Kaffe nehmen Ja dieser Affe dieser Ja Affe Affe ist gut Ich wollte uns das nächste dritte holen Ok wir fighten immer Nebenpunkt gell Ja Das Problem ist wir müssen den Bastion halt wegräumen Da müssen wir neben dem Punkt fighten Wenn der Bastion nämlich noch lebt Zerstört er uns Wir bräuchten Ja wir bräuchten halt irgendwas was Bastion sich erholen kann Aber das ist ja Jetzt müsste jemand Genshi spielen Könnte Soll ich? Ich hab schon lange nicht mehr Ja Wir haben nur noch eine Minute Ja Ja gut No risk no fun Ja Weil wir die haben zwei dritte gehabt Und wir nur ein dritte Ok Ich geh über rechts rein Oh Bestie steht links unten in dem Gebäude Ja Der ballert hier von der Seite auf mich Aber wenn wir hier Wenn ihr rechts lang geht Dann habt ihr es geschafft Dann kommt ihr durch Ohne dass der euch was tun kann Ja Los rein Affe hinter mir Du still tot Ich bin gepimpt und tot Turret zerstört Ich bin tot Ja es sind zu viele Feinde Ja es sind zu viele Feinde Der Reinhard macht halt Damage wie noch was und der Affe Kriegen die Tanks halt nicht weg von denen Dann ist das Problem Wir haben zu viele HP und Ja All in Alle einfach auf den Punkt drauf Okay Ja toll Die sind links im Gebäude dran Ja das ist kacke für mich Auf wir brauchen Overtime Auf den Punkt Auf den Punkt Auf den Punkt Auf den Punkt Bin Bin auch Ja Bastion Ja ok Direkt hinter ist Bastion Im Dingerns Oh ich weiß nicht wo jemand wo Bastion steht Ja Bastion ist halt ok Auf der Map Ok Ok Ja und jetzt? Ich mein wir haben beide gleich viele Punkte eigentlich Ah halt was das war kompensativ Da Ja ok stimmt Dann kriegen die vielleicht mehr weil sie weiter Ah ok Hey son death es geht ja um die Einnahme von dem Punkt Ich dachte ja eigentlich auch es wären die Drittel die man eingenommen hat die Zellen Ok wie können wir es gut deathen Gut deathen 6 Torbjörn Nein Sollen wir es probieren sollen wir es probieren es ist riskant aber es könnte funktionieren Sollen wir? Die haben nur 2 Minuten Ähm ich nehme Bastion dann Ja Nein 6 Torbjörn Ja ein Reinhard Ein Reinhard Ein Reinhard Ein Supporter Der Rest alles Na gut wenn du Torbjörn nimmst dann nehm ich einen Heiler Nehmt so viele Torbjörns wie möglich eigentlich Nehmt Ich bin noch nie gespielt aber ich besucht Ist total einfach Ist der einfachste Charakter überhaupt Stell einfach den Turm auf Bau ihn auf Stufe 2 aus Und warte Und warte Ja Aber wir müssen die Türme auch verteilen Du kannst den Turm heilen Musst aber nicht unbedingt Ist das optional Also dein Turm macht einfach soviel Schaden Ja du kannst ihn so bauen dass du irgendwie hinter nem Vorsprung versteckt bist Dass du nicht getroffen wirst Kannst dann einfach nur aus dem Deckung heraus Wir müssen hier vorne den Bereich irgendwie zu Plastern Ich hätte hier einen Turm hingesetzt Ich hätte alle 4 Türme relativ zentral gesetzt Ich hätte sie nicht so verteilt gesetzt die Türme Sondern würde ich auf einem Haufen Wo? Ich würde sagen auf der Plattform da oben weil der da am besten ist Oder auf dem Punkt Einfach auf dem Punkt Ja einen hier Genau Wir können da oben einen hinstellen Da wo ich gerade hinballe Okay hier Ich stelle mir noch einen hin So dass eine Farrah nicht gleich alles wegschießen kann Mit Shift stellst du den Turm Hilfli? Komm mal mit Hier Wir müssen noch schnell Wir müssen noch stellen bevor die Feinde spawnen Weil wenn die Feinde spawnen sind Kannst du nicht mehr setzen Egal Stell einen Stell einen Irgendwo Jetzt wechselst du auf deine Zelle Waffe Waffe wechseln auf Hammer Und dann dreimal drauf Fünfmal draufhauen Genau Jetzt einfach draufhauen Wie gesagt bleibt weiter hier hinten Leute Wir haben unsere Türme hier hinten Nicht so weit weg von unseren Turmen Weißen Sonst bringt das gar nichts Okay die haben eine Farrah Höfling komm runter zu uns Dann bleiben Ja Stell leider den Turm hier unten irgendwo nochmal hin Und rau nochmal auf Also dass die Türme alle hier unten irgendwo stehen Genau Genau Und deine Ulti ist im Endeffekt Dass du deinen Turm empowerst Ja Und mit dem Hammer kannst du den Turm um Wie das mal 50 Leben heilen Ja üblich Ich bin ja OP Achtung Farrah ballert von oben ab uns Blocken die Schüsse Wir haben bis jetzt noch nicht drauf eingestellt auf unsere Torbirne Combo Eine Minute 20 noch Ich hab dann ihre Mercy erwischt Reinhard hier rechts von uns Ganzes Crap da hinten Ich hab Ulti ab Hebt's auch Das ist geil Die Farrah wird ja auch von den Türmen weggeballert Das ist klar Ja die hat die nirgendwo gescheit hinstellen Ohne dass ich von irgendeinem Toilet angegriffen wird Nice Hilf denen? Ah du brauchst dann Das ist Crap Da oben auch Ich bin schon dabei Ich halte meinen E auf cooldown Es dauert halt Ewigkeiten Die G ist ziemlich witzig Ich muss schon mein Schild aufladen Kann sein dass die Gegner versuchen von hinten zu kommen Die sind alle nach links hoch Ich hab ne Ulti Ich kann sie wegstunnen Man sind zu tot Oh die kommen alle Reinhard muss sein Schild fallen lassen Sonst kann ich nicht ulten Genau wie der Reinhard hat wirklich auf den Motto Ich hab einen getötet Molten Core einfach Farrah ist auch tot Das war's Ja Das ist so retard Kommt ne Farrah glaub ich Wenn sie zum neuen Punkt rankommt Ne Der wird gleich voll im Kreuz überstehen Tracer wird auch gleich im Kreuz überstehen Von vier Turtles oder so Einfach weil Die Dings Gefokust Angenommen die Gegner machen jetzt genau den gleichen Schild Was machen wir auch Sechs Famers Ne geht nicht wir haben Sutton Death gewonnen Achso Fuck Fuck Wie boxt Wie komm ich denn in dem Chat Ich werde wirklich hin Ich weiß nicht Ich hab Bis Ähm Match dran steht Da geht er ab Mhm So wer warst du jetzt? Der iCash Ne du kriegst einen für deine 40 Turret Kills Ich hab mir auch noch mal eingegeben Hehehe Level Up Nice Oh Level Up Aber passt das jetzt nicht gerade? Doch Du musst jetzt wieder ein Win Passt absolut ins Schema Wir machen grad so weiter So hochmotiviert gehen wir in die zweite Halbzeit Die Uhr sagt schon wieder wir müssten äh Boxen öffnen Cut 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 Ne Moment Box muss noch ne Box öffnen Und wir sagen Cut Diva sagt Peng Toll Einen Haufen Boyslines und Skins die ich schon hab Nice Na ja dann ist ja nix tolles dabei Wir verabschieden uns Tschau 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 ���